Dankeschön. Eieiei. Gut, äh, was hast du denn zu sagen? Diese miesen Rhinoxe haben uns gezwungen, eine Statue der Zauberin zu bauen. Nachdem wir fertig waren, hat sie sich beschwert, dass sie zu hässlich ist. Wenn du mich fragst, ist die Statue viel hübscher als sie. Hm. Gut. Alter, was ist hier los mit dir? Ich bin jetzt am überlegen, ob ich hier jetzt schon alles einsammeln kann, soll. Weil wir können nämlich nachher das komplette Level mit Mr. Bird bereisen. Was ich mega cool finde. Krieg ich noch so einen Stein? Dankeschön. Das ist nämlich voll müßig, das hier so... Krieg ich den wieder? Den Zweier? Das wäre sehr schön. Also wenn mir jetzt hier zwei am Ende fehlen, dann weiß ich ja, wo sie sind. Also weiß ich nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht, wo ich da rankommen soll. Na ja, abwarten. Wenn nicht Level neu starten und hoffen, dass der Gegner da ist. Komische Typ da mit seiner Rüstung. Gledis. Gesundheit. Tschüss. Tschüss. Anfang? Das ist ja lustig. Hörten wir auch die ganze Zeit schon diese Fuzzis mit ihren, äh, Knochen. Ach, leck mich doch. Ganz einfach. Den mache ich nachher mit Wachmeister Bird kaputt und dann hat sich die Sache. Ein bisschen früh zugeschlagen. Das war total übersteuert. Wow. Ich ignoriere euch mal. Die Welt ist atemlos, mein brillantes vierdimensionales Meisterwerk. Zünde einfach alle Raketen an und bereite dich vor, von meinem Genie überwältigt zu werden. Ja. Also. Nee, nee, nee. Ich vergaß, dass ich dieses Ei in der Statue versteckt hatte. Ich hoffe, die Explosion hat es nicht hart gekocht. Peanut. In der Riesenzähne. Die könnten auch schon wieder in der Hose, ey. Aber wir haben ja noch einiges vor uns. Da gibt's noch ein anderes Mini-Level. Mach mal das erstmal. Irgendwas mit nem Hund oder so. Oder ein Wolf oder... Meinen Mann. Ich habe mit meinem zahmen Wolf Falifang gespielt. Aber ich habe aus Versehen seinen Ball in dieses Loch geworfen. Und er ist hinterher gesprungen. Jetzt steckt er da unten fest. Ich bin so hilflos hier oben. Und er wimmert so jämmerlich. Nicht weinen, Wolf. Bloß nicht weinen, Wolf. Was ist das für ein Wolf? Ist der aus dem zweiten? Nein, ne. Dieses irgendwie... Vieh. Ja, komm mit. Das ist so ein bisschen... Denk... Denk... In Anführungszeichen Denkspiel. Und da muss man nämlich so lenken, dass der uns ein bisschen hilft. Hast du den... Ja. Hast du den... Warum... Warum haben die Viecher vor dem Hund Angst und vor mir nicht? Ich kann Feuer speien. Das kann... Kacken. So. 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 Oh. Boah was. So. Oh. So. Okay. Okay. Aber wir kommen selbst da hoch. Ihmchen aber nicht. Willst du vielleicht mal deinen Drecksball mitnehmen? Willst du hier hin? Wo ist der? Der Hund ist weg. Ah. Hä? Was? Wo ist der Hund? Ah. Oh nein. Es ist verbuggt, oder? Ah. Oh nein. Warum? Warum ist es verbuggt? Warum denkt er, dass das schon fertig ist? Nimm sie bitte! Kack! Ball! Ah. Ah. Warum? So, wieder zurück. Und wieder runter. So, weh, du bist immer noch verbuggt. Gib dir alle. Klatsche. Das wär's ja jetzt, ne? So. Oh! Oh! Oh. Ooh. Oh. Oh. Dankeschön. Hat den Ball mitgenommen. Nicht, nicht! Ich dachte jetzt gerade, der wird schon wieder dahin laufen. Äh. Du musst doch hier drauf, oder? Nee. Äh. So. Das ging ja doch dann wieder so schnell, als ich dachte. Oh! Ich hätte schon wieder seinen Scheiß-Ball da liegen lassen. Ich hoffe mal, dass es... Hey, du hast Fahli gefunden. Wie kann ich dir jemals danken, Kumpel? Ich könnte dir ja dieses olle Ei geben, aber... Fahli hat darauf rumgekaut und es ist etwas schleimig. Aber die gute Absicht zählt, richtig? Hm. Richtig. Liss. Oder so. Mit den grünen Hörnchen. Hey, das ist nur am vibrieren hier. Danke. Ja, wenn man was liest, ist das ein bisschen blöd. So, wo ist denn hier Mr... Och, fuck, ich wollte doch gar nicht hier hin. Mr. Bird. Birdy Bird. Los. Ich bin bereit, die Türme und das Gebiet, um die Inseln zu bewachen, wann immer du willst. Okay. Es ist gut, wieder im Einsatz zu sein. So. Dann können wir jetzt mal hier alles ein bisschen beseitigen. Und? Höhö. Äh. Hier mit Gronkh. Heißt du Gronkh? Wie heißt du? Hallo, Föhrerchen. Ich hatte einen wunderbaren Urlaub mit meinem Freund. Aber er hat alle seine Knochen verloren. Kannst du sie suchen und ihn wieder zusammensetzen? Zusammensetzen? Ja, kann ich machen.